servus leute was geht willkommen auf dem kanal von der reagieren heute auf michael a of the tiger sehr gespannt ich habe mir reagiert ich weiß nur damals hatte glaube ich ein kollabo gemacht mit manuelsen und hatte glaube ich mal mit k1 irgendwie hat der körper gemacht oder so und sonst kenne ich gar nicht wie man kein musik experte macht es nur spaß und freude einfach nur typ die musik hört dem spreche mit ihr bescheid und da würde sagen ja los geht's jetzt ja ganz genau bin abgetaucht mit der party maus egal was zu klauen ich sag es laut und gerade aus er steht zu seinen sachen er ist mit der party maus am start gewesen sie haben seine session gemacht oder so kann sehr gut sein produziert für das ganze von omg what beat geht nach vorne ich wusste ja dass michael o ziemlich krass rappt vor allen dingen sehr schnell aber wie er hier reingestiegen ist besser als die deutsche bahn an einem zugbahnhof ankommt aber das ist ein anderes thema klar bin ich am start wenn du ein vater brauchst bringe schwarzen rauch denn ich brenne wie ein drachen maul warte drauf die szene fällt wie ein kartenhaus verlass den raum und plan auch so ein belagio raub atme ab ist diese schöne vergleiche schreibt gerne kommt da rein ich glaube michael ocean ziemlich alt glaube ich und woher ist der eigentlich muss auch sehr interessieren und muss wirklich sagen das video drehe ort in dem gym gedreht nice die panzer faust wird durch die wand gehauen und dann steche ich zu mit der rinde von einem ahornbaum und cool ist ihr rambus auf youtube blumen nachts wach wie ein uhu shoot shoot fixerda zum und schuh haben die bief gehabt oder was wurde ich gar nicht warum haben die bief gehabt schreibt es auch gerne in die kommentare ein ja ich habe mich versprochen kann passieren ist alles live peace der kasse ruck er singt sogar ein bisschen ich wusste gar nicht dass er singen kann und ja hate of the tiger sehr sehr passend maximal ist der eifer ich sehe miss käfer fick fehler ziel steht viel paper wie schlüpsträger jetzt hat er so ein bisschen anderen flow so ein bisschen arroganter und passt ja gut zu ihm ich bin auch gespannt was in zukunft von ihm kommen mag er hat jetzt noch nicht so die kasse aufmerksamkeit auf youtube deswegen support meiner seite ist auf jeden Fall warnten ich auf jeden fall weiter verfolgen was er machen wird und am start bleiben schuhe von ronaldo machen einen nicht zu einem big player da hat er wirklich recht ich habe mir auch damals mit teure schuhe gekauft als fußball spielen wollte beziehungsweise auf wollte es konzentriert gar nicht das oft so wenn man sich hat teure sachen kauft und man denkt wenn wir dann der boss und man merkt dann halt dass man nicht der boss ist ja da kann man das sehr gut mit in ein besetzen der ausbau zurück gefällt mir sehr gut da ist ein bisschen aufgebaut und dass gleich wieder der top kommt und dann wieder die nice zurückkommt maximal ist der eifer also er hat jeden fall eifer gehabt dass er solche muskeln hat da kann ich mir auch eine scheibe von abschneiden so leute das war's mit dem video video hat mir sehr gut gefallen ging da vorne michael am start sage ich mal ist back schreibt gerne kommentar rein wie ihr den song gefunden habt kommentieren abonnieren auch gern gesehen würde sagen sehen wir uns in den nächsten Videos dann haben wir uns gut